Okay Leute, ich bin hardcore kaputt, oh mein Gott, auspacken, zusammenbauen und ich hatte zwar Hilfe, aber es ist trotzdem unfassbar anstrengend und yes, wollt ihr sehen, was wir hier gemacht haben? Puh, hier geht's auf jeden Fall ab, oh, was sind das für schöne Stühle, uh, Leute, ich will euch noch nicht so viel zeigen, aber ich kann euch auf jeden Fall sagen, es ist so wunderschön geworden alles, oh mein Gott, oh, soll ich euch schon was zeigen? Ne, ich heute nicht. Ich hoffe, euch eingeht, ist gut, für mich geht's jetzt zum Hockenheimring, heute werde ich Rennfahrer sein, ich freue mich sehr drauf, mit meinem Auto auf der Rennstrecke zu fahren und yes, genießt den Tag, euer Mike.